Eine Duschwanne mit Wannenfüßen einzubauen hat die Herausforderungsstufe 3 und dauert 3 Stunden. Hinzu kommt die Zeit die du brauchst um die Fliesen zu verlegen. Zu zweit lässt es sich besser arbeiten. Das zeigen wir dir. Als erstes bereitest du die Montagefläche vor. Dann wird die Duschwanne samt Ablauf installiert. Jetzt kannst du Fliesen verlegen. Zuletzt baust du die Duschkabine ein. An Material benötigst du eine Duschwanne, passende Wannenfüße, den Ablauf und eine Duschkabine. Hier wurde die alte Duschwanne schon abgerissen. Mach jetzt noch die Fliesenkleberrückstände an den Wänden ab. Die Wand muss da wo deine Dusche hinkommt abgedichtet sein. Eventuell musst du hier auch nur auswässern. Die Handhabung ist je nach Material unterschiedlich. Halte dich an die Herstellerangaben. Deine